wir öffnen advent kalender türchen und lang nicht mehr gezockt tatsächlich aber heute in emma ist leute es ist wirklich ewig her dass ich dieses game angefasst habe und umso cooler ist es dann auf jeden fall dass ich hier viele änderungen sehe hier geht der chat auf jeden fall an der einstellungen und links ja ist auch der chat aber wie gehe ich dann hier rein in den computer wie schon das noch mal gegangen xb egal ich darf anscheinend nichts wechseln egal hat das spiel verlassen wir sind aber trotzdem gleich voll starte es gibt die zu kurz befehle anscheinend das ist ja ziemlich cool man kann hier freunde hätten man hat das spiel auf jeden fall weiterentwickelt aber natürlich ist auch klar es ist lang nicht mehr so im hat wie damals also anzeigen was ist das also verräter gibt es zwei wir haben 15 sekunden killzeit und ja 1,5 sekunden geschwindigkeit beim laufen das ist schon mal sehr gut benutzen das ist hier okay so wir nehmen wir die farbe kies gibt es schon mal ein bisschen mehr okay so viele sachen gibt es jetzt gibt irgendwas weihnachtliches das wäre ja cool aber scheint nicht so oder renten count dann runter ich glaube es wirklich losgehen es geht schon los egal haben wir jetzt kein weihnachts outfit ich war zu lust das rauszufinden na bis zu kacke zwei poster sind auf jeden fall ich hoffe wir werden das ganze nicht direkt beenden müssen wir gehen hier ein helfen lösen unsere tasks erledigen unsere tasks und wie kann ich das ja gut 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 bitte wie viel noch aufgabe erledigt fuck es ist das licht aus ich will nicht alleine hier gleiche gemeldet gut gucken wir mal was alles sagen jetzt start gut schauen wir mal ist egal und senden das ganze also ich würde auf jeden fall wie mir ist das egal srii ist im poster ui srii ok ja dann nehmen wir mal ihn leid das gibt level hier ok wir nehmen mal srii passt bye man sieht wer abgestimmt okay das spiel ist ja komplett überarbeitet worden ich bin da wirklich sehr froh drüber dass wir auch nicht in der ersten runde gleich gibt gestorben sind sonst wäre das echten böse eine traurige runde geworden gut einer hat geskippt es war srii ich denke mal srii wird demnach auch einen punkt drei leute sind schon tot ja moin ok zwei mann auf überspringen und es war tatsächlich war ein oder nicht wir haben die ersten erledigt und jetzt müssen wir uns echt in acht nehmen von den anderen denn die werden umso mehr da sein ich werde auch nicht versuchen hier ok der lichtschalter ist aus irgendwie habe ich zu große angst hier rein zu gehen hey ja was ja was ja was fuck ich habe die farbe vergessen ich glaube es war blau ich glaube es war man ich habe es nicht gesehen fuck es war glaube ich blut es wird das spiel verlassen ich glaube wir noch eine runde spielen weil das wird nicht mehr lange gut gehen und ich will ja auch den post mal sein ich heiße punkte 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 ok ich habe keine ahnung was punkte 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 ist ich denke auch mal das war blau oder grau fuck ich bin mir unsicher es war blau ich glaube es war blau oder was doch grau so blöd kann man nicht sein ich habe nicht geguckt ja wir haben es geschafft wir haben die runde gewonnen mann wir haben das match gewonnen und wir sind hier ja wir gehen aber raus weil du machst halt wirklich so viele feinde da habe ich auch gar keinen bock drauf los mann bitte leute letzte runde im poster mann wieder bis dazu unter zwei verrätern das kann wirklich das kann sehr spannend werden wir gehen mal hier rein da ist was nein 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 er hat die chase mauske einfach auf ich habe schieße ich habe schieße er sieht schon einer tot ich schreibe mal where kaffee ok 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 i'm the first one typed yay ja ich gehe mal mit jason weil ich die angst vor der maske habe obwohl ich absolut keine ahnung habe die wir wollen auf jason los orange ist du kleine huhren also ok er hat mich nicht geschuldigt viele haben trotzdem abgestimmt ich lieb es ich lieb es wohl trotzdem so spicy ist und ein bisschen bief reinbringen will es geht keiner ok keiner wird das spiel verlassen allerdings oh mein gott ok 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 das game ist schon ziemlich lustig aber ich würde es auf deutsch noch cooler finden also wenn die deutsche lobby gefunden hätte keiner raus zwei verräte übrig er ist natürlich jetzt ein bisschen ängstlich hier gut wir müssen strom reparieren das problem ist ich habe nicht mal plan wie man hier reportet keine leute gefunden man das recht nehmen weit wie das nur weil jemand sass ist muss man ihn da gleich nehmen ich schließe mich mal an gruppen zwang scheiß drauf ich bin es gar nicht gewesen ich liebe das game es ist wirklich sehr sehr vorne wir müssen jetzt mal abwarten wer es war es geht wirklich wo nein es ist sich nicht ausgegangen white bleibt hier drinnen wir haben eine coole lobby gefunden die wirklich nicht gleich kicken wenn einer jemanden sass vorkommt quasi wir haben wieder übersprungen durch ich habe so ein bisschen schiss dass wir jetzt irgendwann drauf gehen werden wir gehen hier mal rein ich bewege mich in der öffentlichkeit und wir gehen hier mal her jetzt muss ich schon wieder downloaden warum ist pink hier warum ist pink pink ist sass wir drücken pink ist mir zu sass wir schreiben das jetzt rein ich glaube tatsächlich pink ist sass pink ist mir zu sass drückt mal die daumen dass wir nicht fliegen weil das kann natürlich auch noch hinten losgehen es ist wirklich pink der gerade noch so die kurve bekommen hat oder kein rauswurf schade ich glaube tatsächlich pink ist sass aber ich habe da zu viel schiss dann auch mal was zu machen wir werden das hier mal reingehen pink macht für mich einen eindruck dass der wirklich verdammt sass sie ist der türkise steht halt auch nur herum da habe ich halt wirklich extrem schiss schade grey es ist grey leute ich habe verdankt angst vor grey okay fuck pink ist tot das lässt mich jetzt wirklich rausgehen wie ein trottel ich glaube tatsächlich grey sass weil ich habe riesen angst vor dem gehabt der ist noch ein paar kurven nachgelaufen banana sass wer ist banana okay ich nehme grey mir ist das scheißegal ist das überhaupt die grey ja das ist grey wir gehen jetzt mal mit grey rein er ist mir einfach zu sass leute er ist mir zu sass come on come on come on was haben die anderen zugeschrieben oh banana i got trash trust me i got trash ja es ist ja jemand verreckt also yellow ist ein banana sass okay yellow anscheinend vielleicht haben sich die anderen auch nicht für grey entschieden ich bin auf jeden fall auf grays seite und banana geht auf jeden fall mal abmalten ob smave smave waren oder nicht war keiner und jetzt müssen wir aber dann nochmal drauf blicken wer das angehen gemacht hat gut jetzt wird schon langsam eh knapp wir gehen mal ähm suchen und werden passt hier ist keiner kurva bitte man keine leiche gefunden ich will jetzt auch den der gelbe war ja gar keiner wem wählen wir da jetzt bitte jungs schreibt doch mal was so sass wer hat gedrückt wer hat gedrückt wer hat das rufzeichen gut dann geht coconut ist mir scheißegal er drückt und dann geht er aufs skip warum bitte das macht für mich sowas wie von gar keinen sinn äh es wird schon langsam schwierig ähm die tasks erledigte aufgaben vielleicht schaffen wir das ganze ja schnell zu tasken und dann ähm quasi ihn raus zu werfen weil er ist echt nervig und come on er geht er geht tatsächlich nur weil er reportet hat der arme und das habe ich halt vorher noch gemeint weil wenn ich da einmal reporte war er oder nicht er war keiner verdammt einer ist nur noch übrig eine post ist gegangen nein es ist so schwer zu sagen ich kenne halt keinen von diesen tudes und da jetzt jemanden gut gelaufen zu zweit da ist es nicht so einfach schwer der blaue der blaue sag ich euch Leute der blaue ist sasi wir müssen uns den blauen fern halten es war nicht blau wer war bei blau die ganze zeit it's grey gut ich habe vorher schon gesagt dass grey sas war niemand hat mir geglaubt man ihr seid wirklich solche amateure it's grey gut oder hier naranja hm wer hat mir reportet grün there were two orange i switch to grey gut gut dass ich mich für greu entschieden habe sonst wäre ich dran gewesen das war knapp das war mal sowas von knapp wir haben noch ein äh bitte du weh nachher gibt es jemanden der so heißt nein der heißt nicht so wwwwwww wwwwwwie Ich habe keinen Plan mehr. Was habe ich gemacht, bitte? Was habe ich gemacht? Niemand geflogen. Das ist so nervig, für real. Wer schreibt das denn die ganze Zeit grün? Aber ich muss Grey wieder wählen, sonst bin ich draußen. Mann, der eine kann unsere Sprache nicht. Ich nehme wieder Grey. Ich habe so Schiss, dass ich das mal fliege. Also es ist einer gegangen, ja jetzt bin ich draußen. Wir werden es ja schon sehen. Ich fliege jetzt, weil... Nein, er ist auf Unentschieden gegangen. Grey geht. Fiefte, Fiefte. Entweder gewinnen wir oder die Post haben gewonnen. Nein, wir haben nichts mehr. Der war einer. Wir haben gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen. Null Verräter übrig und wir haben gewonnen. Und ich bin der letzte Überlebende, der Überlebenden. Macht das Plus weg und das Herz. Wir sehen uns hoffentlich später auf TikTok oder morgen wieder hier auf YouTube. und ich bin der Film.